Ja, Alexa, Arbeitszimmer, weißt du? Alles in allem wird das fertige Produkt, wenn es auf YouTube hochgeladen ist, wenn es bearbeitet ist, wenn es fertig ist, wenn du es liest. Wenn du diese 10 Minuten deines Lebens geopfert hast und das CD-Produkt siehst, hab ich mir erreicht, hab mir die ganze Nacht um die Augen geschlagen. Um die Augen geschlagen? Ihr habt euch immer wieder über mich lustig gemacht, doch kein einziger Stein im Weinweg brachte mich ab vor meinem Ziel. Als wär ich ne Kussmissi, ihr behauptet ständig Bullshit, doch woher wollt ihr das wissen? Ihr kennt weniger Prozent von mir, die Mortalität von Saskatch 2, fehlen euch die Argumente? Schlagt ihr auf mich mit dem Schlagstock ein, okay, ich schweife ab, doch wie kann man so ein Arschloch sein? Mein Ernst ist schon wieder warm und ich schwörde, der war grad noch kalt. Gestern noch Monday und morgen muss Tag. Ganz nach oben wie die Luft war. Hier hält der Schnee von gestern, wie der Schnee von gestern. Die Polizei ist Holti, doch es fehlt noch Pfeffer. Meine Tracks sind so divers, doch sind stets Volltreffer. Mein Niveau ist ja hoch wie Pauschel, doch es geht noch besser. Ich rück, rück, täglich 14, 15 Stunden, täglich 14, 15 Stunden, täglich 14, 15 Stunden. Mit Schneiden, Rändern, Hochladen. Ihr unterschätzt es immer, haltet euch für so schlau. Du bist halt letztendlich dümmer und ich wusel und werke an meinem musischen Erbe. Ihr unterschätzt es immer. Neuer Paycheck und ich geb es aus für Hardware wie ne Werkstatt. Füll die Bande mit Hundis und leg mich ins Grüne wie ein Gärtner. Meine Lines sind so funny wie TikTok, alle lachen herzhaft. Hater werden ignoriert oder werden wie ein Stopp. Sagt der Wikinger, wenn ihr Koffein trinkt, die Dosen sind so teuer. Ich hoffe, dass ich bei Clean bin, nur noch mal kurz nippen. Mana wieder vollgetankt, du lügst auf meinem Channel. Swamst des 5 und wartest voll gespannt. Gestern noch auf 4, morgen RS6. Hab auf den Moment gewartet und er ist jetzt... Yeah, 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 reingelegt. Heute ist erstmal wieder Chill-Tag. Das Leben ist wie ein RPG, wo ich meinen schaff. Was fehlt ab? Wir haben uns schon daheim, doch der braucht meine Stats nur eingeschickt. Mit mir geht's auf Heim. Hält sich work, work täglich 14, 15 Stunden. Täglich 15, 16 Stunden. Täglich 17, 18 Stunden. Mit schneiden, Rändern hochladen. Ihr unterschätzt es immer. Haltet euch für so schlau. Es ist halt letztendlich dümmer. Und ich wusel und werkel An meinem musischen Erbe Ja, und er schätzt es immer. Ich bin so früh dran.